Hallo, willkommen zu diesem Video. Ich mache heute mal ein Pilze-Video und zwar werde ich jetzt hier im Wald mal ein paar Pilze suchen gehen. Ich sammle die nicht, ich will bloß welche finden. Also was es hier schon mal sehr viel gibt, sind auf jeden Fall hier Blaubeeren und hier solche roten Reißelbeeren. Ja, also ich laufe jetzt hier durch die ganze Gegend und ich finde keinen einzigen Pilz. Überhaupt nichts. Ja, also hier ist schon der erste. Keine Ahnung was das ist. Ja, dann habe ich hier Pilz Nummer 2. So, Pilz Nummer 3. Ein schöner. Keine Ahnung wie der heißt. Schreibt es mir in die Kommentare, wer es weiß. Das gilt bei jedem Pilz. Pilz Nummer 4. Hier, Pilz Nummer 5. Ich mache den mal raus. Will auch mal einen ernten. Okay, also der sieht so hier aus. Ja, ist schon ziemlich am vertrocknen. Sehr vertrocknet. Aber ich habe keine Ahnung was es für ein Pilz sein könnte. Das ist ja hier ein Pfund. Ein Schädel. Hm, was könnte das für ein Tier sein? Schöne Zähne. Ist der Unterkiefer. Was war das für ein Tier? Für ein Hase. Kaninchen sieht es nicht aus. Schreibt mal, was das für ein Tier sein könnte hier. Da kommt was. Ein Käfer. Mistkäfer oder was ist das? Pilz Nummer 6. Was ist das? Und hier ist auch schon Pilz Nummer 7. Mal sehen, was wir hier haben. Ja. Der sieht so hier aus. Aber ich weiß nicht, was das ist. Sieht so ähnlich aus wie der andere da. So, steht da wieder. So, und das war es auch schon. Denn ich laufe hier schon sehr lange rum und finde nichts mehr. So, da werde ich dann nochmal woanders hinfahren. Vielleicht finde ich woanders noch mehr. So, 7 Pilze innerhalb von einer halben Stunde. Das wäre ein bisschen wenig. Und jetzt habe ich hier noch eine Stelle, an der sehr viele Pilze stehen. Und zwar alle von einer Sorte. Diese hier. Ich muss mal ihn rausnehmen. Ja, also so sieht der hier aus. Weiß nicht, was das ist, aber hier hat man Holz gelagert. Pappelholz und so. Und da sind jetzt ziemlich viele davon. Nummer 9. Nummer 10. 11, 12, 13. Und 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nummer 20. 21. Ich denke, das reicht erst mal mit dem Video. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Und Nummer 22, 23, 24 auf dem Friedhof.